Hallo Freunde, weiter geht's mit The Legend of Zelda im dritten Level! Öh, sagt mal, ist Link irgendwie ganz schön blass um die Nase? Wartet mal, jetzt muss ich mich nochmal kurz vergleichen. Jetzt ist er voll schön braun gebrannt. Ach so, okay. Na gut, in diesem Tempel ist er also ein Kellerkind. Schön blass. In diesem komischen giftgrünen Tempel. Aber was soll's. So, mal gucken, ob der Tempel wenigstens ein bisschen anspruchsvoller ist als die anderen beiden ersten. Weil das war ja echt ein Kinderspiel. So, erster Key. Oh. Timestop. Zack, zack. Oh, eine Fee. Eine Fee! Ah, gotcha. So. Aber ihr werdet bald sehen, dass an diesem Tempel nicht das einzig Merkwürdige ist, dass Link hier blass ist. Nein, der Tempel hat nämlich eine sehr schöne, naja, nicht schöne, eine sehr skurrile, kranke Form. Jetzt werdet ihr aber spätestens dann sehen, wenn ich die Karte eingesammelt hab. Oh Mann, oh Mann. Ach du Scheiße. Oh, 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 okay. Gut. Freunde, das sind schon definitiv stärkere Gegner. Die kann ich nämlich nur von der Seite treffen. Oder von hinten. Und die sind fies. Oh, verdammt, ey. Jetzt schon im dritten Tempel. Die werden in den späteren Tempeln noch öfter auftauchen. Und ganz viele. Und da hab ich keinen Bock drauf. So. Oh, cool. Bomben. Genau mit Bomben, die platt machen. Genau so war das. Also ging das ja ganz einfach. Wo geht's hier oben lang? Boah, drei Schlüsseltüren. Na, ich hab ja noch genug Schlüssel, weil ich noch zwei aus dem zweiten Dungeon hatte. Oh, jetzt hab ich noch einen fünften. Cool. So, zack, Tür auf. Oh, cool. Stirb. Na, na. Ach, ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Tschüss. Oh, mal diese Musik, ey. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Oder zu leise. Oh, mein Gott. Ein Mischmasch von Gegnern. Cyberkugeln. Wow. Und tschüss. So. Ach, du Scheiße. Oh, das sind zu viele. Da würdet sich mal Bomben. Schöne Bomben. Das kommt zwei auf einmal. Hier, komm. Bam. Und nochmal. Bam. Mann, warum? Wie viele Bomben brauchen die denn? Dabei hab ich schon so ein starkes Schwert. Bam. Oh, geil. Neue Bomben. Bam. Und? Bam. Oh, ein Herz ziehen die ab, die verdammten Trottel. Oh, oh, oh. 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 Aua. Komm her. Ah, schön. So, dich mach ich so fertig. Dich mach ich so fertig, Mann. Oh, oh, oh. Mann, die Luft mach ich mir richtig nachher. Die fies, Mann. Ich kann die nicht von vorne treffen. Na, komm her. Oh. Oh, schön. Und neue Bomben. Die Tür. Ah, mach ich später auf. So, wo bin ich? Oh, 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 oh. Oh. Oh, zum Glück hab ich wieder genug Bomben. Okay. Vier Herzen. Das muss ich schaffen. Du, 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 du. Oh, oh, wie geil. Eine Zeituhr. Das nenne ich Glück, Freunde. Jetzt können Sie sich alle nicht bewegen. Solange ich in dem Raum hier bin. Das ist schön. Ihr seid Trottelmann. Und tu auf elkei. Oh, und Bomben. Geil. So, ich glaube, hier finden wir sogar schon den Gegenstand. Ah, natürlich den Gegenstand. Und es ist ein Floß von Robinson Crusoe. Zack. So. Wie das uns in dem Tempel hier weiterhelfen soll? Keinen Schimmer. Aber wir haben es auf jeden Fall erstmal eingesackt. Ich glaube, das ist ein... Genau, ihr seht ja, das ist kein Gegenstand zum Auswählen. Das ist ein Statusgegenstand. So, cool. Erstmal raus hier. Wo gehe ich jetzt lang? Ich mache einfach mal die Tür auf. Wow, der Kompass. Schön. Der Kompass ist unser... Wow, wow, wow. Schlitz. So. Achso, okay. Ja, hier war ich ja vorhin. Hier war ich ja vorhin schon. Ihr Trottel... Oh, Bomben. Verdammt, Bomben. Nein. Okay, ich habe sie so alle volle Bomben. Man kann hier ja nur acht Bomben haben. Warum gerade acht? Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja später noch die Chance, mehr Bomben einzusetzen. Du, 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 du. Scheiße. Äh, ne, hier war ich ja auch schon. Ich verdrück mich. Tschüss, Mann. So, okay. Dann sind wir wieder hier. Dann mache ich... Ach, ich gehe erstmal nach rechts. Dum, 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 dum. Oh, oh. Da, die Karte. Jetzt pass mal auf. Oben links. Hm. Hm. es ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ein bisschen auffällig? Naja, ich weiß nicht. Also schon, wenn ich jetzt hier unten weitergehe und weiter nach rechts mich bewege, komme ich zum Endboss. Aber ich will erstmal noch nach oben. Ach, kommt schon. Zack. Ja, was will Nintendo uns damit sagen? Mit dieser Anordnung des Tempels? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Naja, aber immerhin waren wir ja mal mit Japan verbündet, nicht wahr? In einer Zeit, wo es nicht ganz so rosig lief und... Ach, ist egal. Ich glaube, ihr habt alle den Geschichtsunterricht auch verfolgt. So, was soll das denn jetzt? Ah, okay. So, cool. Ach nee, warum waren? Wir sind immer noch mit Japan verbündet. Hm. Äh... Wart, du meinst, der so aussieht wie du? Ich glaube, das sind alles Brüder. Aber es ist egal. Na klar, habe ich mein Schwert. Willst du es mal sehen? Hier, Schlitz! Nochmal sehen wir. Schlitz, 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 Schlitz! So, tschüss. So, jetzt sind wir nicht hier. Was haben wir hier? Oh, erstmal eine Falle. Eingesperrt. Oh, bam. Bam. Und einen Key. Und bam. So, ich bin ja fast geneigt, den mal Bomben zu legen. Ach, nein, ich glaube nicht. So, gut. Dann geht's auch zum Boss. Dann wär auch der Tempel hier durch. Alter, du Arsch. Du hast mich voll mit dem Schwert geschlagen. Na und? Soll ich nochmal. Mann, ich hab das Schwert. Hier, guckst du dir an das Schwert, Mann. Guck es dir an. Hier ist da mein Schwert. So. Ich glaube, er hat es jetzt gesehen und weiß, dass ich das Schwert habe. Da. 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 Ich weiß, ich bin manchmal ein kleiner Sadist. Sind wir das nicht alle? Nicht, dass jetzt wieder die olle USK kommt und sagt, Oh mein Gott, da kann man alte Männer verprügeln. Das Spiel müssen wir erstmal schön verbieten. Ja, ja. Ich hasse die USK. Naja. Ich hab mich sowieso mal gewundert. Oh, verdammt. Es gibt ja USK für Spiele und FSK für Filme. Also FSK heißt Freiwillige Selbstkontrolle. Also heißt USK und Freiwillige Selbstkontrolle oder was? Weil ich hab ja das nicht ausgesucht. Die Spiele hier so scheiße verbieten und so. Das macht mich wütend. Boah, so wütend, dass ich den Typen hier mit einmal weggebasht hab. Aber okay. Weiter geht's. Wo bin ich hier? Okay, ist alles einfache Gegner. Easy Gegner mit One Hit Down. So, jetzt kommt der Endboss. Wer war'n das hier nochmal? Autsch. Oh, Geld. Ich hab Geld bekommen. Oh, ganz schön viel. So, okay. Endboss Time! Wer war'n das hier? Ach du Scheiße. Das olle Ding. Äh, äh. Das geht am einfachsten mit Bomben platt zu machen. Weil guckt euch das Ding an. Oh, ey. Ist das fies, ey. Na klar. Bombe! Oh, One Hit! Okay, äh. Das war jetzt super geil. Also eigentlich muss man jedes dieser Mäuler mit dem Schwert besiegen. Und das auch leider mehrmals. Aber mit einer Bombe? Tja. Mit etwas Glück geht's beim ersten Mal, wie ihr gerade gesehen habt. Und unser drittes Triforce-Teil. Zelda wird sich freuen. Geil. Wir kommen Zeldas Rettung immer näher. Ah, schon wieder braun gebrannt. Schöner Sunny Boy. Gut. Wo war der vierte Dungeon? Ihr werdet lachen. Der ist gar nicht weit weg. Wir haben jetzt ein Floß bekommen. Und das brauchen wir auch, um zum vierten Dungeon zu kommen. Aber ich überlege, ob ich mich noch ein bisschen in der Welt hier umgucke. Oder auch mal einen Shop besuche oder so. Aua. Weil kann ja nicht schaden. So. So, und zwar, da ist ein Steg. Autsch. Und wenn wir einfach auf diesen Steg zugehen, fährt unser Link ganz automatisch zum nächsten Dungeon. So, aber erstmal shoppen. Ich geh shoppen. Stirb. So. Und zwar will ich mir jetzt die blaue Kerze. Ich könnte mir auch den großen Schild holen. Der ist ein bisschen geiler. Aber erstmal nicht. Cool, die Kerze. Der Typ ist einfach verschwunden. Na, dann hab ich vielleicht einen Schwarzen Markthänder. Das gleiche abgehauen, falls die wohl hinkommen. So, jetzt haben wir die Kerze Level 1. Und damit können wir Feuer machen. Aber leider nur einmal pro Screen. Das ist ein bisschen fies. Aber reicht aus für meine Verhältnisse. So. Also. Um nochmal es zu sagen. Ihr wisst ja, dass es in den ganzen Steinwänden hier Geheimgänge gibt. Aber nicht nur in den Steinwänden. Und nicht nur unter Statuen. Nein. Wir können auch mithilfe der Kerze Büsche verbrennen. Um da eventuell Geheimgänge zu finden. Hier, so eine Dinger hier. So, ist hier irgendwie gleich einer? Da, 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 da. Aber ich weiß, dass hier irgendwo Geheimgänge waren. Natürlich doof, wenn ich nur einmal benutzen darf. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier nur wieder hingelaufen? Ich glaube, ich will auch, ja. Tut mir leid, ich versuche jetzt gerade mal zu gucken. Mann. Was sich hier lohnen würde. Stirb, 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 stirb. Und tschüss, Mann. Aua, Mann. Tschüss, Mann. Toll. Na toll. Oh, eine Feenquelle. Ja, die Feenquellen gab es auch hier. Oh, dankeschön. Wieder voll aufgeheilt. Und diese komischen Dinger hier sind ja auch ziemlich auffällig. Aber dazu später mehr. Ich überlege euch mehr Pfeile hol. Ich weiß es nur nicht. Ich frage dich. Soll ich es tun oder nicht? Und tschüss. So. Ich hole mir einfach mal Pfeile. Oh, nee, hier ist der Schild billiger. Guckt mal. Der hat doch vorhin noch 160 gekostet. Hm. Hm. Hole ich mir den Schild oder hole ich mir Pfeile? Also ich müsste noch ein bisschen Rubine sammeln. Ich glaube, ich sammle noch ein bisschen Rubine. Um mir den Schild zu holen. Ja, der wollte mich doch verkohlen. Ich werde mir den holen. Ich werde mir den richtig aneignen. Also gucken, wo ich hier bin. Meine Güte, ey. Ist ja alles... Aber ich bin auf dem richtigen Weg, weil... Ich will zum Strand. Oh, ja. Und tschüss. So, zum Strand. Weil... Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Oder ob ihr es gesehen habt. Oh nein, da war ein schöner Fünfer. Ein schöner Fünfer-Rubin. So, Timestop. Her jetzt mit deinem Geld. Gebt mir euer Geld, Mann. Euer Geld will ich haben. Ihr seid nämlich... Arme Säcke. Und die haben keinen Cent, Mann. Oh. Das sieht auch richtig aus. Und tschüss. Und tschüss. Boah. Schlitz. Schlitz, Schlitz. Knacks. Und schafft. So. Geheimgang? Nein. Geheimgang? Ja. Oh, aber nicht so schnell hier, Mann. So. Psst. It's a secret to everybody. Ah, wir haben ein Geheimnis entdeckt. Und zwar... Kohle. Zehn... Zehn... Du Arsch. Bestimmt so ein Abtrünniger von Ganon. Gebt er uns erstmal Geld. Warum nicht? Oh, warum auch nicht? Ich freu mich. Jetzt will ich aber zum Strand. Oh, warte mal. Hier ist, glaube ich, noch so ein Ding. Na. Na, aber... So, jetzt nehme ich, glaube ich, noch so ein... Secret-Ding. Ja. Geil. It's a secret to everybody. Oh, jetzt habe ich mich selber verbrannt. Und? Ah. Okay, ja, schon ein bisschen mehr. 130. Nein, die... 130 Münzen haben wir bekommen. Münzen... Rubine. Ja. So. Jetzt sind wir hier. Aber ich suche irgendwie eigentlich... Ja, was suche ich denn? Hier wollte ich hin. Na, dann los, Marcel. Dann zeig mal, was du kannst. Was du hier willst. Und warum du nicht einfach in den vierten Dungeon gehst. So, wir haben nämlich hier auch noch einen Steg. Und der führt uns... Dude. Nein, das sieht nur aus wie ein Tempel. Keine Angst. Das ist kein Tempel. Es ist... Eine neue Wahl. Take anyone you want. Geil. Und schon beginnt unsere zweite Herzenreihe. Super, Leute. Neun Herzen schon. Ja, hier wohnt irgendwie wohl so ein alter Einsiedler, der hier... Keine Ahnung, Mann. Die wollen alle nicht ins Eilersheim. Aber irgendwie sieht das Haibu hier ganz schön trostlos aus, oder? Alles kaputt. Hier stehen keine Häuser mehr. Naja. Muss wohl ganz schön alt sein. Da, 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 da. So, und ich gehe jetzt weitergucken. Weitergucken. Immer schön gucken. Aua. Aua. Das tat weh. Ah, ah, cool. Jetzt bin ich hier. Ja, hier werde ich auch mal kurz lang schnuppern. Ne, aber nicht hier. Hier nicht. Da, 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 da. Genau, hier will ich mal gucken. Hier will ich gucken. Genau, 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 genau. Weil hier, guck mal. Ey, denn Nintendo, ey. Ihr hättet euch mal ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Berg hier. Was ist das denn? Voll so ein Kasten. Naja. So. Ah. Show this to the old woman. Du, 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 du. Cool. Cool, cool, cool. Sehr nice. Jetzt haben wir nämlich ein blaues Stück Papier bekommen. Naja. Das ist, glaube ich, eine Berechtigungserlaubnis. Ja, ihr werdet nachher noch sehen. In diesem Part, glaube ich, nicht mehr. Aber ihr werdet schon sehen, was das auf sich hat. Aua, Mann. Ihr scheiß Viecher. Gebt mir das Herz. Aua, Mann. Die. Oh, eine Fee. Geil. Oh, Mann. So. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie ich den Part beende. Oh, hier ist ein Geheimnis. Oder? Ja. Oh. Let's play a money-making game. Okay. Risk. No risk, no fun. Okay, ich mache einen Risk. Oh, minus 10. Hier, ich hätte nur noch plus 20 kriegen können. Du bist ja ein Arsch. So, okay. Das war aber nicht das, was ich zeigen wollte euch. Passt auf. Hier gibt es nämlich ein cooles Geheimnis. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, aber man kann hier durch die Wand gehen. Yeah. Cool, oder? Und hier ist... It's a secret to everybody! Du... Oh! 100 Whoopies! Oh, damit haben wir jetzt... Ja, doch. 100 Whoopies. Geil. Ist das nicht schön? So, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und im nächsten Part machen wir uns auf zu dem vierten Dungeon, meine Freunde. Warte mal hier. Guckt euch das an, wie fies das hier ist, oder? Weil ich meine, was soll das? Egal. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao!